Ich hoffe doch mal. Die ist down. Richtig geil war das jetzt. Boom. 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 Ich hab ja genug Munition. Boom. 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 in den Liebeskondel! Schluss! Lade nach! So, ich muss mich drehen! Oh, man kann die Waffen nicht mehr fremd, keine Munition für die Dinger aufwählen, nachkommen, weg! Das ist der Kacke! Dass man keine Munition für seine Waffen, aber für die Granatenwerferung, die aufgeben muss. Da sind sie natürlich auch in jedem Schutzrohr so was machen können. Wenn ich so zu... Ich liebe Granatenwerfer, die will ich dir nicht behalten, bis ich keine Munition für den Namen oder nur ein oder so. Ich bin auch die anderen nachkommen worden und jemanden Helfer da. Was für die Dinger ist, kann ich nicht mehr so viel sagen! Ich bin auch da. Ich bin auch da dran. Und nicht nur die Meck und so viel, ich bin auch da dran. Wenn ich so viel an meinen, können wir uns gucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Yo, genau wegen Grenadenwolf. Geile Sache. Die Maschinenraum. Wer es braucht, soll es sich nehmen. Die Maschinenraum. 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 Die Maschinenraum.